nur eine halbe stunde gespielt sind schon fast alle deadies durch pixelparty nur eine runde qualifizierung muss ich mindestens die ersten acht und weiter Einfach mal einig sein, wer ist Fippt? Oh, äh, ich bin... Drei, vier... Oh, ich bin sogar von einem Richtigen. Ruf du mal weiter. Ach, das bin ich kaputt jetzt. Geil. Eins, ne. Den, genau. Das war einer so weit. Ich bin immer zweimal von denen. Jemand hat falsch, Leute. Was ist denn mit dir? Habt ihr keine Augen gekauft? Das ist... Nö, ist richtig. Irgendwas fehlt noch. Mann, der war über... Guckt ihr gar nicht richtig? Wie viele Sekunden wir grad dafür verballert haben, ey. Schon die erste durch, natürlich. Wir sind schon raus, ey. Bis zu unten durch? Ja. Ist das raus, ne? Oh... Direkt raus! das gefühl der skin ja aber hier diese pixel kacke da random ist nicht so einfach zu viel kann man sich absprechen hier du machst das du musst das muss machst du machst das am besten mal quadranten aufteilen dass jeder mal halt sein quadranten macht weil wir sind ja zu viert aber es funktioniert nicht wenn du nicht mit den leuten reden kannst ist das das hat man schon mal das war aber die beiden so aber der ist noch falsch so er läuft ja ganz lang was ist mit dem ihr habt so einiges nicht verstanden so hat ja viel zu lange gedauert ja cool wenn ihr das noch breche ich da jetzt das ist einfach das so lange läuft oh cool wir sind noch zu zweit aber dann ist das eigentlich einfacher und zwar nein er sieht doch das ja ich noch oben sieht doch dass ich da lang hier oder von ende bis ende ein runter die urgena und die urgena wieder zurück egal es ist ein einfaches teil ja ich habe auf b gedrückt was ist denn das denn scheiß das dauert natürlich bis es reinigt alle